Im Ahrtal laufen auch Monate nach der Flutkatastrophe noch die Aufräumarbeiten. Apothekerin Inge Göttling hat ihre Burgapotheke in Altena bei dem Hochwasser verloren. Vorübergehend fand die Apotheke in einem kleinen Container des DRK Platz. Nun befindet sie sich seit der vergangenen Woche in einer groß angelegten Containerlösung in Kahlenborn. Von dort aus können die Menschen im Umkreis mit allen notwendigen Arzneimitteln versorgt werden. Von außen, aber auch von innen sieht der Container fast aus wie eine normale Apotheke. Das Team hat endlich wieder Platz, um Medikamente und Vorräte zu lagern. Es gibt eine Offizien, Schubladen sowie Frei- und Sichtwahl. Für Göttling und ihr Team ist der neue Container ein großer Schritt zurück zum normalen Apothekenalltag. Und auch die Kunden sind dankbar für die Lösung. Neben der Versorgung vor Ort beliefert die Apotheke 5-6 Stunden pro Tag die umliegenden Ortschaften mit Arzneimitteln, weil die Straßen teilweise immer noch in katastrophalem Zustand sind, wurde ein Geländewagen angeschafft. Die Apotheke soll nun mindestens ein Jahr im Container bleiben. Ob die ursprünglichen Räumlichkeiten der Burgapotheke nochmal aufgebaut werden können, ist nach wie vor unklar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017